Hallo und herzlich willkommen zurück So, jetzt bin Terraria Da ist Oli, da ist Sascha Oli hat nen roten Hut Ne, ich hab nen roten Hut Ne Ne, das ist Terraria Ne, das ist jetzt, also für mich ist es der Bausimulator 4000 Sascha, wir gehen meinen Bring deine Feuerpickles Die holen so lange weiter, ich baue hier weiter ein bisschen an der Stadt und tut mir einen Gefallen, wenn er Leben findet, bringt man ein bisschen mit Okay Hat doch nicht Hab ich Erde ausgerüstet? Ne Aber ich hab noch Held mit Boah, da ist ein einzelner Block Den wird gleich abbauen Hab ich jetzt eh nicht Wasser ausgelassen? Da ist man eins Au Vorsicht Gegner unter der Erde sind auch um einige Stärke hält Das Dach mach ich später, erst wenn ich hier alles ein bisschen besser gemacht hab Und es wird grad schon wieder Nachtleute Oh man Cool Ist auch ja nur Geh mal ein bisschen zur Seite vom Original Das ist ja nur für mich schlimm Ja Ich meine es tauchen zwar bei uns auch Geister auf, aber Ja Ja Sascha pass auf, es gibt manche Kisten, die vorher nicht da waren Ja Die werden dann zu Gegner, sobald du dich ihnen näherst Die nennt sich auch Mimix Ja Mimix Die gibt's in vielen anderen Spielen auch Von der PGs fahren Der Punkt ist Die Teile droppen richtig geile Scheiße Also wenn du einen siehst, entweder bist du extrem vorsichtig oder du holst mich dazu Und ich hab einen Zauberer gefunden Ich hab Vitamine gefunden, ich stirb Ich hab den Zauberer gefunden Ich hab den Zauberer gefunden Den brauch ich später noch Oh alter, jetzt stirb Alter, mein, mein größtes Problem, was ich bis jetzt hatte Ist ein Wurm Ich krieg den nicht weg Hm, mehr Wurm ist aber ein Problem Ich bin geil Haben wir eigentlich schon einen neuen Guide? Weiß ich nicht Wollen wir die Wall of Flash machen? Das wäre vielleicht noch eine Idee Vielleicht kriegen wir noch eine geile Waffe Jetzt ist er tot Äh, mein, ich bin hier grad so schön am Zimmern Wir sollten aber ich die Wall of Flash machen irgendwie Na gut, solange wie Nacht ist Ja, da geht's dir gut da unten Kannst gleich da bleiben, wo du bist Ich rüste mich nur mal schnell noch aus mit meinem Zeug Ich geh einfach mal davon aus, dass Sascha nichts an Zeug weggelegt habe Was? Ja Okay, das ist noch gewohnt Zum Glück haben wir noch keinen Blutmode Ich hab 26 Kobalt Wir haben keine Testung mehr da abbauen Wahrscheinlich weil es nicht blau ist Du brauchst die blaue Pickaxe um das andere Um das grüne abzubauen Also zu sagen Du brauchst die geschmolzene Pickaxe um das blaue abzubauen Die blaue Pickaxe um das grüne abzubauen Das grüne, die grüne Pickaxe um das Was ist das rot war? Rote abzubauen Rote abzubauen Und das rote brauchst du das vom besten Das ist gut Ja, aber daraus kannst du noch nicht die besten Waffen machen Die besten Waffen kannst du bloß durch Kombination zu anbringen Das ist meine Tür Oh mein Gott, Corruption Alter, wie schnell ist das korruptiert hier unten? Hier unten? Wo bist du? What the fuck? Beine sind schon an mir vorbei, ich denke mir nur, wo seid ihr? Okay Oh, was meinst du? Nein, es spawnt automatisch einen Streifen Corruption und einen Streifen Hollow Inch! Ich brauch Inch! Ich will Inch kugeln Ich ho kugeln Ich ho kugeln Ich ho Inch Was? Du willst ein Zoll? Ja, ich will Inch Die verlieren Ah, jetzt hat er's Oh, schon hat Inch Aha Was bringt alles? Daraus kann man einen geilen golden Schauer machen Wow Doch ernsthaft Der macht voll viel Schaden Der heißt ernsthaft Und die Gegner haben weniger Rüstung Und es schaut wirklich so aus, wie wenn du sie überpissen würdest Ja, da hast du dann ein gelbes Buch in der Hand und der macht dann gelbe Strahl Und das ist dann Naja Äh, ja und Ich kann mir daraus eben halt Ischhockugeln machen, die haben die gleiche Wirkung wie der Strahl eben halt Machen dann eben halt die Rüstung weg und, ja Sind stärker als normale Kugeln, ganz halbgemein So, während ich falle, kann ich ja mal schnell noch Witter von meinem Bauarbeiterhelmen zu meiner Kämpferbrille machen Bauarbeiter Können wir das schaffen Ja Du scheiß, nein, nein Spawn so'n Ding genau zwischen meinen Beinen, Alter Na schau mal, das ist das grüne Zeug Ja, das ist ja wegmacht Flo, ich glaube wir brauchen erstmal bessere Rüstung, bevor wir nochmal die Wall auf Flash machen können Ich komme einfach nicht runter Ja, das Problem sind glaube ich die Viecher, die hier abhängen Ja, eigentlich ist es eher defakt, dass da oben direkt Corruption ist Aber die geht eh eigentlich weg nach einer Weile Du musst nur weiter entfernt sein vom Spawn Naja, ich hab extra eben halt von unserem Haus weit weg die, äh, Sonnenblumen hingepflanzt Damit wir wenigstens keine Corruption kriegen Ja ne, die Corruption ist, es spawnt ein X oder ein V Von Corruption und Hollow Also immer so kreuz Mitten durch die Welt praktisch so durch, wenn du die Map hast du ein V oder so ein X-förmiges Und in dem Fall, ich glaube allgemein wird Hollow zuerst gespawnt und dann die Corruption drüber Insofern möglich Obwohl das hier mehr so ausstablen V, was heißt links müsste Hollow sein So, äh, wo seid ihr? Den Weg weiter lang, hier sind keine, äh, keine Crimson Monster mehr, deswegen Gut, weil Du kannst oben drüber über den Gang gehen, der ist wahnsinnig sicher Mach ich jetzt gerade Ja Das wahnsinnig sicher, die ganze Zeit folgt mit so nem, äh, so ne, so ne Feuerkugel Ich höre alles, wenn du unten gehst Oh, da schießt er ins fucking Skelett Archer Jungen, wir fäck dich Guck mal, guck mal, da kommt die Feuerkugel Da, guck mal, da kommt sie Die, die, die spawnt nicht Warte, jetzt ist sie Warte, Feuerkugeln Doch, alter, erschreckt mich nicht so So, können wir? Hey, rate mal, was grad wieder in die Tiefen sinkt Äh, goddammit Heißt das nicht in der Höhe? Ne Wurscht Sind's die Tiefen Wenn Leute fragen, du ping Jetzt geht's wieder runter Kennen wir? Das ist immer so, du siehst das, du siehst das beim, beim Router 1.700 Kilometer Pinkfall am Tuch Dann 30 Okay, das ist ein Skeleton Bogenschützen Oh! Ja, die sind noch nicht so stark Du hast, du hast grad ne Feuerwand aufgehoben Wirklich? Ja, ja, das, das, du brauchst im Sinne des Wortes Das kannst du platzieren und dann flackert das Wiese, ne? Living Fire Block Ja, Fire Block Ja, Fire Block Genau, Living Fire Block Fuck, Dämon Leute, helf mir Der Dämon ist tot Vorsicht, impf, der ist schlecht Ich will ganz ehrlich sein, die Hölle ist eigentlich einer der einfachsten Gegenden jetzt Sascha, du bist zu weit Ne, ne Was? Was? Was ich heilen? Was so, dann mach doch einfach Ey, kann man Feuerwürfische angeln? So geil wenn jetzt so wie immer so deine, deine Angelf immer so abbrennt Da, 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 da Und schon geht mein Ping wieder runter, weil ich 5000 Kilobytes die Sekunde hab Mehr nicht Oh, jetzt, jetzt gehts wieder runter Ne, gehts wieder Naja, es geht runter, der Ping geht runter Juch Gut, da verwendet ich halt die richtige Bezeichnung Wenn die scheiß Gegner nicht werden, aber das macht's wenigstens mal ein bisschen spannender Ah, hier der Teil der Hölle ist eigentlich nicht so schwierig Ist genau gleich wie vorher auch das ding ist halt die sobald man in die Corruption kommt sind wir sogar tot so wir haben schon mit der Hälfte abgezogen ja ich seh die ganze Zeit Oli hat auch nur mit der Hälfte in der Leben so ich muss mich ja vorher heilen immer auf den Mond schießen weil da kommen dann nämlich so scheiße Würmer raus komm heil dich heil dich heil dich geh doch so jetzt reichts mir Prozent über die Biennale und der Schaden dort der Mensch wir haben noch einen Hammer wer kriegt den Oli Kiki ja danke wir haben einen Waldläufer im Land bekommen das ist mein Zoll das heißt mehr Schaden für Oli die brustig oben aus und ich hab noch mal keine bessere Waffe aber ich schieb die ganze Zeit auf mein Vieh Übrigens Sascha die neuen Erze die sind wieder nach Höhen geändert also weiter oben finden wir das blaue das Kobalt was wir als erstes brauchen deswegen kann man vielleicht von oben anfangen hast du einen Trank mit? ja gut gut das bauen die eigentlich da oben da oben ist das Bette da ist der Zauberer hier heil Zauberer Taga Taga Hallo Taga bei dem kann man Mana Tränke kaufen so jetzt wusstest du wo ich sage ich muss mir mal mein mein Mage Layout irgendwo machen das heißt irgendwo ein Geschenk der Natur zusammenpacken das schaffst du schon Flo das schaffst du schon komm wann mal ich brauche an dich ich brauche einen normalen Mana Trank so erstmal Weißläufer ist das Problem ach was soll du kannst ja mal mein Gehen was mach ich denn da geh dafür weg was schnell ach hier komm Fußkämpfer des Windes Sascha wird's ein bisschen schneller sind na ok dann nicht war ein einzelner Mana Trank wir haben einen schwachen Mana Trank wie macht man die Teile war ich ein Stern oder hab ich ein Stern irgendjemand ein Stern ich hab ein Stern ich hab zwei sogar das ist gerade Nacht ja haben wir jemand einen Sternwagen wie gesagt ich habe gerade zwei Sterne gefunden oh gut können wir den jetzt sagen oh wir gehen in die Kiste na will jemand ja ich glaub mal steh das wär noch verpufft wird dieke verpuffen da stehen oh man is er so so kannst du mal bitte wieder tag werden ey oh da danke wo ist der Geist oh tot job das ist jetzt ne gute ne gute Situation in der man sein kann ich mein es ist ja nicht so als könnte ich einmal ein zweites Fenster aufmachen ach ne kannst du nicht du bist zu dumm dafür man sieht nur meine Maus wie sie drüber fährt wenn ich am Fenster drüber schief ne herr herr okay hab ich wirklich nicht noch mehr brauchen wo ich mir ganz so dreck hin auch da aber um 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 jetzt haben ich habe 160 was drückt ein item dass die mana verbessert so als normale frage oder sagen wir so kannst du bei dem merchant hier ganz links in der untersten etage blauen trankhafen auch kann ich auch wieso er war doch immer erst optik vielleicht update wurschtet sascha ist das ding wirst du als starrer haben er liegt in der geldkiste behaltieren er liegt in der geldkiste behalten wir können ich nehme deinen dreck nicht nein fast eh ihr braucht froschi nimmt sein dreck nicht wortel da zweimal war so haben wir gelungen machen so ein gelagert oh mein gott der regenwolke was auch weiter dies gefährlich aber sie trocken geilen zauberstab das ist doch nur was weiß dass sie gefährlich ist junge wissen du ich will dir helfen ich habe eine laserpistole hast du was bekommen ja geld keine portion station doch herr post und ach so du meinst du mit mit er zum post auf dem tisch mehr haben wir nicht dann muss ich mir so ein leeres glas nehmen auch keine auto deutschen wasser wir haben auch mal beim mage das passt irgendwo manatrank danke bitte so mache ich jetzt den verdammten dreck manat potion was hat denn meteoriten drehen naja bei den bauern mit Tinkerswerkstopp oben also ihr müsst immer denken die ganzen bauern sind oben in die zwei kisten wo sind die Tinkerswerkbench die müsste ganz oben drin stehen die habe ich aber nicht irgendwie voll in not oh da steht sie steht hinter dem typen kann man sie ja nicht sehen ich hätte okay wir brauchen einmal die mana blume ich habe sie in defensiv was heißt plus vier abwehr weiß jungen kommen wir nach links nach links wieso mach einfach danke da war gerade wieder so eine scheiß wolke ich hatte kaum noch leben wo ist die wolke jetzt hin die ist tot du bist ein schöner Blitzmerker bist Junge was du musst pissen aber ich ja nicht wissen Wichser verdämmig hat nicht Wichser genau das soll jetzt ein Jugendfreier Kanal werden war also vollkommen ohne Jugend genau keine Jugendliche also Flo raus hey bis ein Jahr das zählt nicht was ersetze ich jetzt wiederbelebungsband kann ich schmier senke Kappe was ersetze ich jetzt Mama da will ich dich ersetzen und ich dachte mal ich bin blöd ich hab ne schlechte Witze drauf okay ne es ist nicht okay Flo damit haben wir jetzt nicht gewettet das steht nicht in meinem Vertrag dass ich deine dummen Witze auch noch akzeptieren muss was von Vertrag du hast nichts unterschrieben hier ich hätte es aber mal besser tun sollen ich muss deine blöden Witze nicht ertragen steht im Vertrag sonst nichts ja schon du könntest schon langst meinen gehen ja ich nehme mal fünf Goldstücke und kauf mal Mana Pauschen das ist so nein doch ich mach's trotzdem so welche Höhe muss jetzt ungefähr welche Höhe Drück F3 wird so völlig ein Platincoin rumliegen das wird sie dir kaufen Junge da gibt's die Eisrote die macht voll viel Schaden aber die kostet nur mal ein Platincoin Junge geh mal in Tiefkühlschrank nein ich hab meine Rufe sicher nicht einfriert hau das klebt dann schön in der Boxershot und es nicht mehr zu gebrauchen ey nur mal so also die Kälte gibt dein Füll oder mehr Tinte so zu sagen wär's schon so ja aber nicht wenn ich sie einfriere wenn sie eingefroren ist ist äh vielleicht nicht gesund warum Spermien werden auch äh eingefroren damit sie länger halten ja weil sie sich dann nicht mehr bewegen können siehst du ja siehst du den Funk ist vielleicht nicht so optimal Sascha sag doch immer was dazu na aber Spermien hat das bei mir schon aufgehört wortspermien zack ausgeklingt hä weißt du ich lügen frei kann ich nicht mitmachen das ist da Mitryl das ist Mitryl oder das ist so eine Qual hier so ein übelst langen Weg aus dort hinzusetzen ich weiß das ist hier Bro ok wir werden erst den Port wenn ich den Weg fertig hab 18 Minuten fertig so ein ja Kobalt mein Imt der schlachtet hier mal wieder Viecher ab wow ich glaub ne neue Spitzhack ist top Priorität gerade 100 pro wie viel Kobalt braucht man für den Scheiß das soll ja 12 Bauern wo ich weiß nicht 3 braucht man für den Barren bei 19 Barren man braucht für ne Pickaxe 15 braucht man nicht 4 für ne Barren nein 3 bei Kobalt ich glaub 4 dann fürs nächste und 5 fürs nächste ok was sagt dem anderen ich hab ne Kobalt Pickaxe so nächstes Ziel Sascha braucht ne Kobalt Pickaxe holi wo ist und das Werkzeug das Werkzeug ist ganz oben äh links ah da die Kiste ist voll dann mach ins daneben das Zeug rein oder wir verkaufen mal die Kupfer und Äxte und die Holzhammer und Kupferspitzhacken können wir auch alles machen ich hab erstmal bloß alles reingepackt damit nischt so zu sagen auf wundersame Weise verschwindet ok ne ich verkauf mal das komplett nischtlose Zeug was ist das was 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 Anu 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 ich hör doch mal auf mit Springluch schalten ne es ist weg irgend so ein komisches Vieh Anomaru ne Anomura Fungus hä das ist ein Pilzmonster gewesen ja wegen Fungus ist mir schon klar Pilzmonster aber ja es ist eins ich hab doch hier drüben so ein Pilzbium gemacht das muss man irgendwie absperren ok also ja ähm also kann ich ich weiß was ich mache genau hier hinten kann ich schönsten schon mal ein Turm hin platzieren weil hier hinten beginnt dann nämlich diese schöne Pilzbiom wirklich ja wirklich ja und damit beenden wir den Port für heute ne ernsthaft damit beenden wir mal langsam und dann werde ich nächste Tag wir haben doch schon 20 Minuten Junge ich kann doch nicht dafür dass meine Ports so langweilig sind mein Handy blinkt die ganze Zeit es geht mir sowas von auf den Keks Humble Bumble äh Humble Bundle get up to seven games and found so was Scholar Chip Apropos wir haben gestern das äh gratis game dieser Woche verpasst ich hab schon nachgeguckt es ist ein Kack Game deswegen hab ich mich nicht runtergeladen na gut Leute ja ok auf meine nächste Tag ja dann bis zur nächsten Folge tschau tschau